herzlich willkommen auf meinem kanal leute ich grüße euch erstmal alle zusammen heute und runter west coast vs east coast ja kaufen wir mal zwei spieler ein für 20 cent ist in diesem spiel also auch möglich und für die leute die gerne wissen möchten wo der moneymaker 84 und ich am zocken sind da wird ein link unten in den kommentaren gepostet und da könnt ihr uns gerne persönlich fragen wo wir da spielen ok let's go erstmal die reise beginnen jetzt nehme ich diesmal nur die east coast geschichte rechts gleich im freispiel also nur die blaue schauen ob ich da mal so ein brecher reinkriege man kann zwischen zwei varianten wählen einmal east coast und west coast und jetzt habe ich die east coast variante genommen das ist die blaue ich gehe mit 16 euro ein kauf für 16 euro freispiele ein die muss ich natürlich erstmal erwirtschaften darüber hinaus das ist man gewinnt vorteil natürlich beim freispiel kaufen vorab kaufen man kann sofort loslegen das ist aber allerdings nicht in jedem spiel möglich so noch fünf spins nicht liegen gelaufen 4 euro eingedreht sich noch leicht bedeckter das spiel aber grafisch wie gesagt ein absolutes highlight das spiel und man einfach mal gezeigt haben vor allem kann man auch die chip laufen lassen auf 20 cent ohne jetzt freispiele zu kaufen also macht nicht so den schaden ist schon ok unterhaltungswert ist sehr hoch und man kann tatsächlich auch einiges gewinnen sie zwar nicht zu meinen favoriten aber welche nächster zeit auch öfter spielen alles nicht so gut aus start ist nicht so gut acht euro jetzt eingedreht ich nehme jetzt wie gesagt nur die east coast variante diesmal kauf nochmal für 16 euro ein und dann halt nämlich die rechte variante 10 freispiele sogar bei vier mal bonus klasse spiel von der grafik her und sowas auch sehr gelungen der mucke auch im hintergrund ist schon schon ständig gemacht und man sagt oh zwei spins dazu wobei man da auch sagen muss es nicht immer von vorteil f spins jetzt insgesamt ok f spins na gut mal schauen vielleicht mal feier was mal linkett ok 1 2 ok 10er 13,80€ ok guter start noch 90 pins oh das könnte sogar noch was werden leider gottes nicht rechts noch rübergezogen mal 2 vorne hinten mal 4 jetzt schauen wir mal und leider nichts keine Kombi da ich sage jetzt müsste nicht unbedingt immer viele Spins darauf hinweisen, dass man mehr gewinnt alle Walter & Benjamin sind 20 ok da kann ich ja nichts sagen es sind noch 6 Spins und jetzt haben wir heute ganz 1,80€ 37€ habe ich es jetzt gewonnen noch 5 Spins 16€ beim Einsatz nochmal zur Erinnerung jetzt öffnet er leicht die Tore 4 noch 4 noch ok hat er da auch leider nichts kombiniert schade eigentlich setzt gut die Multiplikatoren aber ja ok da könnt ihr jetzt auch nochmal ja bitte nochmal 3 ok dann muss er starten in der Runde kann auch anders laufen ok das ist doch geil 24€ 61,71€ wird jetzt gewonnen die Sätze muss man natürlich abziehen so langsam mache ich wie eine Bratwurst mal 5 wäre natürlich auch geil ok ach schade so schöne Runde 16€ eingesetzt 66€ gewonnen damit kann man leben damit kann man erstmal gut starten ich habe jetzt nur die rechte Variante genommen weil ich immer so zwischendurch gemixt habe ich bleibe weiter bei der East Coast Geschichte wenn ich jetzt zum Beispiel wie gesagt ich kann jetzt wählen zwischen West Coast East Coast ich nehme die East Coast Variante das ist die blaue die Typen gehen mir da draußen auf und sagt mit dem beschissenen Kackbagger da geht den ganzen Tag diese verfauste Baustelle da draußen so schauen wir mal vielleicht kann man ein bisschen nach knarren hier na zwar das ist nix die machen wir schon ein bisschen vorab ob dabei läuft oder nicht da läuft nicht da muss ja schon komplett über den ganzen Bildschirm laufen aber ich glaube das wird eine toten Runde ja wie gesagt ich habe auch von Moneymaker gehört das haben einige Abonnenten wohl richtig viel Geld gewonnen ich weiß allerdings jetzt nicht auf welche Einsätze aber wie gesagt also ich hatte letzte Woche auch sehr hohe Gewinne gehabt auf 20 Cent muss ich dabei aber sagen obwohl ich auch 40 Cent gespielt habe da habe ich auch was gewonnen aber nicht in der Maße wie mit 20 Cent komischerweise da habe ich Gewinne gehabt also ihr habt ja auch gesehen anhand der wie das über 1000 Euro habe ich da gewonnen letzte Woche also in den Spielen haben wir gesagt überhaupt nicht mehr denkbar und äh man muss einfach so ehrlich sagen und man kann auch hier verlieren ganz klar weil irgendwann wird auch diese Phase vorbei sein aber man muss sich einfach mal vor Augen halten manche Runde ich hatte also wirklich ich habe mit 20 Cent auf einmal wie weiß ich nicht 400-500 Euro gewonnen das ist schon ein Knaller so da ziehe ich jetzt nochmal ganz direkt nach kaufe ich nochmal ein paar Mutti für 16 Euro mal drehen wir das Spiel mal weiter nochmal 8 Spins liegt jetzt gerade ganz gemütlich mit dem Arsch in der Kurier hier so oh ah keine Kombi noch 7 Spins also beziehungsweise 6 Spins das sieht man manchmal schon eine kleine Summe aber grafisch ist schon das wird auch nichts das wird auch nichts mal 3 das ist wie viele schade da fehlte ja oben hätte noch was zu hören können also zweite von rechts noch 4 Spins 3,80 Euro ist ja gewonnen bisschen lager Katsch 3 katsch katsch 3 6 Euro ok damit kann man ja noch gerade leben aber trotzdem bin ich jetzt natürlich nicht mein Anlass ausgeruht. Letztes Spiel. Und jetzt glaube ich noch nichts. Ne. Ne. Ist doch nicht verschallt. Na, 2. Ghetto Blaster steht an Position 2 da an der Walze. Ok, dann ziehe ich da nochmal gleich direkt nach. Paar Fallspielchen. Schauen wir mal. Na, komm. Eigentlich habe ich gerade der Kampf hier unten, warum das nicht mehr zählen. Ich mach mal die rechte Variante. Ich bleib ein... In diesem Video bleib ich mich nur bei meiner rechten Variante. Ich werde jetzt in anderen Videos mal versuchen, die linke Variante aufzunehmen. Die West Coast Freispiele. Da kann man ja mal direkt im Vergleich sehen, was besser läuft. Da kriegt man da so ein paar Anhaltspunkte raus. Da hat er nichts richtig kombiniert, ne. Ne. Leider nicht. Da gut gesetzt, aber... Na, Euro 92. Eher Mager. Noch 3 Spins. Ok. Dann bei Euro 20. Noch 3 Spins. Ne. Da kaufe ich jetzt noch einmal ein Rot und dann weißt du. Das auch mal wieder. Mit dem Video hier. Na, schauen wir vielleicht heute mal jetzt noch ein rein. Na, schauen wir mal. Oh, jetzt hat er mir 10 gegeben. Mal gucken. Vielleicht wird es noch ein bisschen anders. Noch mal die rechte E-Scouse Variante. Und Freispiele und das geben wir mal ein bisschen Gummi. Letzte Runde. Das muss ja jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend sein, wenn man mehr Spiele hat, dass man auch mehr gewinnt. Weil es ist ja bitte immer schon so gehabt, dass da eigentlich nicht so viel liegt. Aber es könnte meiner laufen. Die ersten zwei sind schon mal verschossen. 1 Euro. Ab dem Tag. Oh, Platz 2. Freispiele dazu. Verlängerung also auch möglich in dem Spiele. Macht aber allerdings recht selten. Ok. Verlängerung. Mal drei mal rein. Oh, das sieht ja gar nicht mal schlecht aus. Das muss natürlich gut. Ah, nicht gut kombiniert. Schade, schade, schade. Noch sieben Spins. Nicht so wirklich viel gelaufen, wie ich schon gerade sagte. Mal zwei mal fünf, mal vier. Jetzt könnte er. Weiß nicht, was er jetzt kombiniert. Nee, auch nicht. Nichts kombiniert. Habt ihr selber gesehen. Das Ding stand auf Schuss. Mal zwei mal zwei mal zwei mal zwei. Ok. Ah, sieht er den. Okay. Okay. Komm, Baby. Oh. 30er. Nee, 24. Oh, 38 Euro 6. Noch fünf Spins. Jetzt könnte tatsächlich noch was werden. Mal zwei mal zwei mal fünf. Sieht auch nicht schlecht aus. Schöne Kombi muss her. Schöne abschließende Runde. Kaum zu glauben. 74 Euro drauf. Vier Spins noch im Rennen. Oh, zieht mal gut nach. Schade, schade. Nicht gut kombiniert. Wäre nochmal eine Möglichkeit gewesen. 74 Euro bis jetzt gewonnen. 16 Euro natürlich abziehen noch. Oh, sieht ja ganz gut aus. Ich ziehe es nochmal nach. Mit dem 10er. Ich ruhe manchmal so ein bisschen oben auf, Leute. 83,50 Euro gewonnen. Letztes Ding. Ja, läuft der Rahmen. Der Motor läuft an. Mal fünf mal fünf und sieht ja immer gut aus. Das könnte sogar noch was werden. 83,51 Euro insgesamt, Leute. Okay, das war's mal wieder von der Front. Wie gesagt, schaut gerne in unsere WhatsApp-Gruppe rein von moneymaker84 und mir. Der Link wird unten in den Kommentaren gepostet. Dort könnt ihr uns auch selber persönlich ansprechen, wo wir da halt spielen. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück beim Zocken. Schafft es schön an, Leute. Und einen schönen Tag natürlich bei dem Wetter draußen. Wir sehen uns. Euer Popcorn alias Sensen Sucker. Ciao.